So, wir reden ja länger von plastischer Chirurgie und so weiter. Jetzt werden wir mal was Neues machen. Man sieht, dass die Scheppert immer noch schwere Wunden aufzuweisen hat. Hier, hier, da, da und da hinten. Überall sind noch schwere Wunden zu sehen. Ihre Implantate unten, zwei Jahre zusammen pflicken. Ja. Und auch ein bisschen verschoben oder alles. Und jetzt werde ich die Scheppert einer plastischen Chirurgie hinterziehen. Das heißt, dass ihre Implantate entfernt werden. Soll sie haben. Und auch, dass sie wieder dann so aussieht, wie sie dann ausgesehen hat. Vor dem Zusammenstoß mit Zeparos, wo sie dann zusammengedrückt hat. Ich werde jetzt hier mal meine Chirurgie vornehmen. Ausladung für kosmische Chirurgie. Besichtsnahmen permanent heilen und alle Hinweise auf kybernetische Implantate entfernen. So, das haben wir jetzt gemacht. Also, man sieht soweit so nichts. Aber wenn man dann hineingeht in die Veränderungen, dann sieht man doch schon, dass hier alles weg ist. Das Gesicht ist auch wieder schöner weiblicher geworden. Und alle Narben sind soweit korrigiert. Und sie ist auch wieder so, wie sie sein sollte als Frau und hübsche Frau. Und es sieht sehr schön aus. Ja. So. Dann habe ich wieder ein Mädel um mich herum. Das ist wieder gut. Und das macht ein bisschen mehr aus. Jo. Jetzt habt ihr das mal gesehen, was man da so machen kann. Und äh... Jo. Jo. Das gibt's hier zu geraden. Schön, gell? Sieht wieder schön aus. So. Genau. Die Narben haben wir jetzt umgefallen. Das ist so. So hat sich viel schöneres aussehen wieder. Also, da sieht man sich bald wieder bei was Neuem. Bis bald.